Watch Denkante ist mein übelst... What? Was ist der Fall für dich? Die Garo hat uns so weggeblastet Alright, alright, alright Leute, willkommen zurück zu Happy Wheels! Okay, das ist von Jacksack wie kein geklaut, aber nicht! Wir spielen Guts and Glory! Hier, Happy Wheels in 3D! Alright, okay, wir haben schon direkt beballert! Holy shit! What? Wir sind überall mean! Bang, ja super da! Awesome Level! Oh, 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 Jimmy! Jimmy! Oh! What the fuck? Nicht auf Jimmy! Nein! Jimmy! Alles okay bei dir? Alright! Der Level gefällt mir! Der Level gefällt mir! War, glaub ich, ein easy Level! Okay, Jimmy! Bist du bereit für ein Abenteuer? Yay! Yay! Fahrrad, fahr mit dir! Okay, und ich leg mich gleich flach! Ich leg mich gleich flach und bugge! Okay, jetzt aber, jetzt aber! Nicht auf Jimmy! Nicht auf Jimmy! Nicht auf Jimmy! Wow, wir sind safe! Was? Zum Teufel! Wo kommt der her? Wo kam der Ball her? Der hat mich ja volle Kanne erwischt! Voll auf die Zwölz! Da freut sich klein Jimmy, dass er... Wow! Wow! Gefedert! Gefedert! Alright! 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 Okay! What the fuck, Jimmy! Jimmy, nein! Was ist das? Was ist das? Nein! Volle Kanne aufgespießt! Und jetzt noch die Pfeile dazu! Oh! Der Dread lebt! Ich kann den noch so halb bewegen, oder? Oh! Shake that booty, man! Oh, ich mag diesen Level! Der ist ja viel geiler als die davor! Oh, der Scheiß! Der ist richtig geist! Oh! Jimmy! Jimmy, lass dich bloß nicht wieder treffen! Abgefedert! Yay! Wir sind safe! Boim! Nein, Jimmy! Ich schon wieder! Warum erwischt das immer wieder, Jimmy? Jimmy hat einen Pfeil im Kopf! Jimmy hat einen Pfeil im Kopf! Alles gut, da hinten? Hehehe! Ich liebe es! Ich liebe es! Alright! Wir sind durch! Nice! Jimmy! Alles gut bei dir? Oh! Die Minen kommen bis zu uns! Oh! Wir werden so fucking beballert! Oh! Checkpoint! Safe! Nicer, nicer! Und der Pfeil ist weg! Jimmy ist wieder happy! Guck dir das an! Tada! Double Backflip! Wow! Bams! Ich will mal einen richtig coolen Double Backflip und Barrel Roll in einem machen! Wie sieht's aus, Jimmy? Bist du bereit? Yay! Nice! Nice! Es kann sein, dass du bald drauf gehst! Nooo! Oh! Ich liebe es! Okay, Jimmy! Bist du ready? Double Backflip, Bitches! Und alles explodiert! Ach, da ist ein Stachel dran! Kein Wunder! Backflip! Und Barrel Roll! Wow! Jimmy! Hast du das gesehen? Ja! Hab ich dich! Nice! Leveled an! Zack, ey! Und Bäm! Es explodiert! Da kommen Sägen an! Da kommen Sägen an! Okay! Das sieht bisher ganz duft aus! Säge... Eins! Okay! Safe! Oh! Okay! Das geht dir hier aus! Das geht dir hier aus! Nice! So geht das! Und da fliegen die ganze Zeit Sägen rum! Warum fliegen die ganze Zeit Sägen rum? Gib mir dein Sägen! Für diese Sägen! Ha! Ha! Okay! Ich feier schon! Oh! Das ist ja mal super easy! Bis ich ja alles durfte! Bis ich mit dem Backflip gemacht habe! Ha! Oh! Das Fahrrad ist mit dem Menschen integriert! Das nenne ich eine Eins-Arm-Aufhunde! Was passiert da? Was passiert da? Ha! Das Fahrrad versucht auszubrechen! Der Vater versucht auszubrechen! Da machst du nix mehr! Das Fahrrad ist in dem Mann ein integriert! John ist aufs Fahrrad geworden! Der heißt John glaube ich! Was ist mit Jamie passiert? Jamie! Alles okay da hinten? Nein! Ich bin mit dem Stuhl integriert! Der ist mit dem Stuhl integriert! Jamie! Hör auf zu f... Okay! Das hat gerade ganz komisch gejumpt! Oh! Ihr liegen hier über mich! Und ich stroller hier mal! Und ich werd beballert mit Bällen! Oh! Parkouring! Bam! Jamie! Halt dich fest! So viel dazu! Er lebt! Er lebt! Und er hat keine einzige Verletzung! Oh! Jetzt direkt die Mine! What the fuck! Ich weiß gar nicht wie ich mich so anstelle! Ich muss einfach nur geradeaus fahren! Pfff! Ich muss nach rechts! Boah! Warum legt er sich flach? Ich wollte einfach nach rechts abbiegen! Einfach schlack! Ich poff! Nach rechts weg! Okay! Wir leben wieder! Jimmy integriert sich wieder mit dem Stuhl! Der sucht sich neue Freunde! Boost! Oh! Hier liegen wieder über den Minen! Aber ich mach keinen Stress! Ich mach keinen Stress! Ich fahr einfach geradeaus! Ihr habt's gesehen! Ihr habt's gesehen! Ich muss nichts machen! Okay! Der Level heißt Kanonen auf der Straße! Und... Da ist eine Kanone die auf uns ballert! Auf der Straße! Logischerweise! Sonst würde der Level ja nicht so halten! Das fasziniert mich gerade extremst! Okay! Das sieht doch bisher ganz okay aus! Einfach hier mal ein bisschen Schlängel! Zack! Watch den Karate ist mein übelst... What? Was? Die Kanone hat uns so weggeblastet! Alles war ruhig und sicher bis die Kanone uns weggeblastet hat! Komm schon, Dad! Du schaffst das! Du schaffst das! Wow! Jimmy! Das hat Jimmy volle Kanone erwischt! Der hat's ihn weggefickt vom Fahrrad! Ich hab nicht mal gesehen wie er verschwunden ist! Oh! Na klar! Hast du dir das Bein gebrochen? Ja! Okay doch! Der sieht schon schmerzhaft aus! Er hat sich wieder mit dem Fahrrad integriert! Er ist wieder eins mit dem Fahrrad! Fahr nicht auf dem Fahrrad! Sei das Fahrrad! Oh! 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 Oh nein! Oh! Jimmy! Alles okay bei dir? Ja! Oh Gott! Der sieht total zerkrüppelt! Und die ballern auf uns weiter! Come on, Dad! Oh! Was zum Teufel! Die Kanone hat uns nur geboostet! Und dann fliegt Dad einfach raus! Mann! Ich will eigentlich nicht mal zum Checkpoint! Oh! Ich bin durch! Nice! Dad! Good Job! Ehrlich mal Checkpoint! Okay! Darüber muss ich... Fuck! Diese Kanonen sind so brutal! Die sind super brutal! Okay! Come on Dad! Du schaffst das! Oder auch nicht! Diese fucking Kanonen! Jimmy! Jimmy! Hat sich geopfert! Oh oh! Oh oh! Da sind gleich drei Kanonen! Die volle kann auf uns ballern! Jimmy hat die Kiste... Mann! Ich versuch da die ganze Zeit links vorbeizufahren, damit ich nicht diese Bordsteinkante hier erwische! Weil die bremsen mich ab! Und wenn ich mich abbremse, ballern die auf mich! Mann! Schumpfer! Okay! Ich warte jetzt neben den Kisten einfach! Da passiert mir nichts! Passiert mir tatsächlich nichts! Hätte ich jetzt nicht erwartet! Okay! Neben den Briefkasten! Vorbei! Ich wollte schon sagen! Ich hab's geschafft! Wer sagt überhaupt, dass ich dort lang fahren muss? Sagt mir keiner! Ich kann hier einfach rechts lang! Oh! Bustel bei Canon! Bustel bei Canon! Oh! Wir nehmen einfach mal die hintere Nachbarschaft und kippen uns um! Nein! Wir sind noch 6! Oh! Fucking Zaun sagt das! Fucking Zaun! Jimmy! Na! Ach toll! Jimmy hat sich geopfert! Oh! Ich wusste nicht, ob das ein Versuch wird, der klappt oder nicht! Ey! Es hat geklappt! Nice! Nice! Und die Kanonen ballern auch weiter auf uns! Die Kanonen ballern weiter! Safe! Bis hier, bitches! Oh! Willi! Nein! Wir sind drin! Wir sind drinnen! Game! Ich hab das Spiel geschafft, den Level! Okay! Der letzte Abschnitt ist sowieso nicht so schwer! Ist egal! Come on, Jimmy! Double Backflip! Yay! Yay! Wow! Ich hab ein Backflip auf den Boden gemacht! Hast du das gesehen, Jimmy? Ja! Hab ich gesehen! Oh! Millimeter ist Jimmy in seinem Tod entwichen! Yay! Besser Tag ever! Ich hab überlebt! Passiert nicht häufig, dass Jimmy bei mir überlebt! Super duper! Das waren im Prinzip eigentlich alle Levels hier in dem Spiel! Ich hab die meisten ausprobiert! Meat Grinder hab ich noch nicht geschafft! Die meisten hab ich geschafft! Ich hoffe, es hat euch gefallen! Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei! Hinterlasst einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat! Vielen Dank, dass ihr dabei wart! Und gebt mir Flosse! Flop!